Ein kleines Foto von dir, Schatzi, schenk mir ein Foto, dann schenk ich's dir, auch eins von dir. Ich dachte, als ich gestern in der Sunderie nexp, oh yeah. Danke, danke, danke. Danke, Gäste aus Deutschland hier. 3 Millionen Arbeitslose und GD, ne? Wie stellt sie sich Schuhe? Sie hat nur noch Schuhe an. Hey, 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 hey. Hör noch die Schuhe an. Sie hat nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Bist du blau, bist du braun. Was kommt dann noch geil? Eine Woche Schnee, eine Woche Schnee, eine Woche Schnee. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Danke, 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 Danke!